Einer meiner Abonnenten bekommt wohl jetzt, ungewollt? Genau das, was ich, kranker Spinner, gerne mal hätte. Eine sexy Agentin aus China, welche im Auftrag der kommunistischen Partei ausländische Dissidenten heimsucht. Lol. Naja, ernsthaft. Ich kann schon verstehen, dass da ein unangenehmes Stasi-Feeling aufkommt, wenn man da plötzlich solche M-Fans bekommt. Aber interessant ist es ja schon, über welche Dritten man teilweise wen dann kennenlernt. Massengeschmack TV zum Beispiel. Den habe ich, nach Jahren, wieder, entdeckt und zwar als er die mittlerweile total heruntergekommene vulgäre Analyse interviewt hatte. Und diesen Schlomo Finkelstein, den kenne ich über, das erratet ihr niemals. Über Dennis Ingo Schulz. Ganz recht. TTA wiederum, auf den bin ich über einen Kommentar eines Nutzers im damaligen Resenta-Forum aufmerksam geworden. Und den B-Nesch, den habe ich über, Jürgen Elsässer kennengelernt. Diesen über zinskritische Videos, welche nach der Bankenkrise 2008, auf YouTube zuhauf zu finden waren. Natürlich kann das alles Zufall sein, aber dass man sich hier gegenseitig Werbung macht, obwohl man sich, angeblich, spinnefeind sein will, das hat schon ein Geschmäckle. Was meint ihr? Ja, und woher kennt ihr euren jeweiligen Guru? Wer immer das auch sein mag. Aber nochmal zum Thema, sexy chinesische Agentinnen zurück. In der Tat. Wer kontroverse, nonkonformistische Standpunkte vertritt, der dürfte schon mehr Zuschauer haben, als die üblichen zwei, drei Handeln. Nee, ich will nicht mehr kommen.